Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Hier sehen wir eine typische Systemlösung, wie sie häufig bei mobilen Arbeitsmaschinen eingesetzt wird. Wir fangen an mit der Hydraulikpumpe. Wir haben hier einen zentralen Steuerblock für Arbeitsfunktionen, hochwertige Arbeitsfunktionen, wie zum Beispiel die Kranfunktionen bei einem LKW-Ladekran. Hier haben wir einfache Funktionen, beispielsweise die Stütze an einem LKW-Kran. Bei diesem Steuerblock legt der Kunde, legt der Bediener Wert auf Feinfühligkeit, auf Lastunabhängigkeit, dass es schön bedienbar ist. Stützen sind häufig nur Beiwerk, da ist eher Kosteneffizienz gefragt. Hier in der Mitte sehen wir ein elektronisches Steuergerät. Das ist in dem Fall der Master, übernimmt die komplette Maschinensteuerung. An diesem dezentralen Stützenblock haben wir nochmal ein dezentrales kleines Modul, das dann abgestimmt nur die Stützenfunktionen übernimmt. Und hier ergänzend dazu kommt noch dieses Telemetrie-Modul. Mit dem Telemetrie-Modul kann ich Maschinendaten in Echtzeit auslesen. Ich kann mich aus der Fahne, ein paar hundert Kilometer entfernt, auf die Maschine draufschalten, in Echtzeit schauen, wie arbeitet die Maschine gerade. Kann Predictive Maintenance gegebenenfalls damit machen. Kann Flottenmanagement damit machen. Und viele, gerade kleine Kunden von uns schätzen das. Sie können Maschinen eben auch nach Südamerika verkaufen, ohne dass sie da einen eigenen Servicestützpunkt brauchen. Sollte. 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 Sollte.